Um erfolgreich zu gründen, solltet ihr auf jeden Fall eine gewisse Portion Sturheit mitbringen, denn ihr müsst an eure Idee glauben und ihr müsst sie umsetzen und ihr müsst vor allen Dingen auch geduldig sein. Alles andere kommt dann und das lernt man alles auf dem Weg. Hi, mein Name ist Julia Römer und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Kula. Kula entwickelt Kühlschränke, die komplett ohne Strom funktionieren und die nur mit Warmwasser angetrieben werden. Und diese Kühlschränke entwickeln wir vor allen Dingen für Medikamenten und Impfstoffkühlung in stromlosen Gegenden. Aber er ist auch dadurch besonders grün, also kann auch in Gegenden wie Deutschland oder Europa einen Nutzen bringen, weil er CO2-Emissionen einspart. Und grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ich eine grüne Alternative für einen Kühlschrank entwickeln wollte und jetzt gar nicht unbedingt von Anfang an die Idee hatte Unternehmerin zu werden, sondern erst die Idee da war und dann hat sich das entwickelt.